Währung in Dubai. Dear Ham. Spesensatz in Italien. 36 Euro. Ok, Hotel für den Chef. Erledigt. Wie machst du das nur so schnell? Schau mal auf macbiz.de Wann geht denn der nächste Flieger nach London? 16.20 Uhr. Und wo kriege ich jetzt noch britische Pfund her? Brauchste nicht. Hier, prepaid. Wie Geld nur besser. Die Macbiz Mastercard. Jetzt auf www.macbiz.de Geschäftsreisen planen, buchen und bezahlen.